Hallo ihr Liebte, willkommen zu einem neuen Video, schön dass ihr da seid. Heute endet mal wieder nach langer Zeit ein Video und gleichzeitig eine Fortnite-Legende. Bei dieser Fortnite-Legende ist es so, dass da die Skill-Curve jetzt nicht besonders hoch ist, aber dafür macht diese Fortnite-Legende unfassbar geile, witzige Videos, kein geringerer als vieles. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit diesem Video. Kuss aufs Auge. Das Video heißt Bullying Default Skins on Fortnite. LOL, wenn wir uns ganz kurz mal die Aufrufe angucken, 13 Millionen, 100, fast 160.000 Likes, das ist richtig krass. Was's up, dude? Nein, 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 don't run away, NO! Oh, my, I wasn't gonna kill you, dude. Why would you jump off each other, yourself? Oh, my gosh, Alava! Oh, was's up, dude? Wasau, brother, you don't got a gun? Okay, stop, dude, let's be friends. No, you're not running away. Okay, stop, stop, stop. Einfach richtig gute Videos, aber sehr aufwendig. Komm, komm, da oben, 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 da oben. Ich bin sorry, bro, ich liebe dich. WTF? Ich liebe dich. Imagine, ich hatte einen Sniper und das funktioniert irgendwie? Hey, was ist denn, noch ein Nosekin? Ich hab dich in meinem Seat und alle. Oh, hier ist ein Sniper, hier ist ein Sniper, hier ist ein Sniper, hier ist ein Sniper. Da kann ich auch noch einen Bonspett so. Also im Moment ist sowieso richtig krass. Komm, komm, was machst du? Wir haben wieder einen neuen Meter. Es ist jetzt möglich, ich weiß nicht, wer es euch die Petros gesehen hat. Oh Gott! Du kannst jetzt durch die Wände Schaden verursachen, mit Explosive Sachen. Was? Mein Mann hat ein Schadens? Was ist das, Alter? Er hat das Spiel verlassen? Warum hat er das Spiel verlassen? Ich dachte, dass die Zoller einfach rauskommt. Warum hat er verlassen? WTF? Ich bin so confused. War er so schrecklich? Hat er seine Mutter hier oder so? Ich glaube, er hat seine Explosive oder so. Ich weiß nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich will dich nicht machen. Nein! 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 Was ist das? Was ist das? Wo ist das? Ich bin so confused. Was ist das? Ich bin so froh, ich bin so froh. Ich bin so froh, ich bin gerade bei ihm. Was ist das? Oh, ich bin, ich bin zuge. O, ist das bei ihm? Da ist das bei ihm. Was ist genauer? Das ist was, was ist das? Das Spiel ist so feiert. Woher kommt sie von? Ich bin so confused. Ich bin so tot. Ich bin dabei. Ich hab keine Ahnung, 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 ich hab keine Ahnung. Oh, no, dude. Was ist passiert? Yes, yes, mein Boy won. No, no, don't do it, no. You're too young. NOOOOO! Why is everyone killing themselves? Is it a challenge or something? What's going on? Boy, you're in the storm. You're gonna die, you know this. AHHHHHHH! No, no, no. Bro, come, I'm gonna see this type. Ah, jump! Why is it not working? Stop! No, please. Yes. We're good, we're good, we're good, we're good, we're good. Wait, I might die from this. No, 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 no. I'm not dying by the storm again. This happens every single time I play. This time it's not happening. It's not happening. It's so close. Please, please, just let me have this one. You're so mean to me every single time I play. You just, you kill me. Storm, please, please. I'm gonna make it, dude. What can I make it? I made it. I made it. I actually made it, dude. Let's go. We're in this. Watch me get sniped. What the? What? 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 There's a trap. Two, one, two, two, one. Two, one, two, one. What? Was? What the f**k? What the f**k? Was? Was? WHA- Bro! Nah! Das ist okay. Ich bin nicht schuld, aber es ist gut. Das war früher nicht so. Und, uh... AHHHHH! AHH! What the f**k? Stand still. Stand still. Stand still. Stand still. Stand still. Stop moving so fast! You... I can't. How do I... Stop! I can't mark you! Should I ca-ca? Die! You're still alive? Die! You're not re... This man's still alive. Come here. You're dying. You're dying. How do you have shield? How do you have shield? What? How did he pop a mini that fast? He has 94 HP. I sniped him. C4. 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 Chicken Nugget. How you alive, dawg? I gotta stop pickaxing people. Just shoot them at the shop. Why am I being so stupid? What the f**k? Why didn't they get like it's so worth it, bro? The pickaxe kill? Like, imagine, why I pickaxe? Bro, you're wasting ammo. I need that ammo. Stop wasting the ammo. You're gonna reload. That was something. Can you just... What the f**k? How much HP? How much HP? How much HP? How much HP? And you're dancing? Listen, bro. If I wanted so I could have easily bodied you. And I wanted to pickaxe you because... 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 Like, shoot it that way. But, uh... I failed. What? What is this guy doing? Yo, dude. Open the chest. Open it. Oh. Oh, he knows, bro. He's got smart. And it's mine. What's up now? You're dead. He tried running away, dude. My man tried so hard to run away. No. You're not running away. It was at this moment. Hey, this video. The videos are really good. What's up, dude? Why are you bullying me? Stay so high at you. Stay so high. Can you not? Leave me alone. Help me, please. Go, go. Oh my gosh. What the freak? Leave me alone. Help me. He's gonna kill me. He's gonna kill me. Drive. He's gonna kill me. Bro, why would you move, baby? The guy... He just drives him. This guy is so evil, dude. This guy has no chill. Is there a guy in there? Honestly, probably. Is that a 50 shield? That is. Do I yellow it and just drink it right here? Yes, of course. I'm not scared. I'm not scared. I'm not scared. I'm not scared. He isn't there. Okay, good, 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 good. I'm gonna come back for you later, right? I'm sorry. Don't fight me. Thank you. Thank you. You said don't fight me, dude. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you for me? Please, we can't do that. And you hear this noise. Before we kill him, we gotta... We gotta kill you guys. Oh my gosh. For a second I thought. Haha. Where's this last guy? Whoa, whoa, dude. Relax. Ready, watch this. You're dead. You're dead. You're dead. You're dead. What? So close. Ready, watch this. Bang. You're dead. Stop moving, dude. Watch this. Bang. Got him. Bro, stop moving. Like, off the tree. Ready? That's gonna work. Oh. It went through the tree? What? What the fuck is im Baum? Got him. What? This guy's immortal. How do you not die? What the fuck? What? Why, dude? How do you die? I don't know how people do that. How do people do that? How do you die in the storm? It makes no sense. That guy dodged every single grenade launcher I shot at him. Somehow he dodged every single one but can't dodge the storm? How can you not dodge the what? What? Alright, so yeah, I failed. I didn't get the cool shot. But it's fine. Because I did get a cool shot a few weeks ago. It was a one on one. Had a grenade launcher. I calculated it. You know? Isaac Newen's ninth law of motion. You know? The tree down. And got him. I got the win. It was really cool. Check it out. What? I can't do that. He's gonna go. No. 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 Boah, hat er ihn getroffen. Ich habe einen Ball, einen Schuss. So. Vieles. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir uns auf jeden Fall von dem mehr Videos angucken. Der hat wirklich noch echt ein paar geile Videos auf Lager oder vielleicht auch im Livestream. Falls ihr da Bock drauf habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir eure Meinung zu diesem YouTuber in die Kommentare. Ist natürlich auch selbstverständlich verlinkt. Gleichzeitig eure Meinung zu dem jetzigen Fortnite-Update auch gerne in die Kommentare. Damit sage ich danke für die Likes, danke für die Kommentare. Vieles für mich eine wahre Fortnite-Legende.